Was ist die Durchführung der Safety Tour? Vieles ist heuer anders. Eines, was gleich bleibt, ist die Durchführung der Safety Tour. Auch wenn diese heuer anders abläuft. Wir kommen zu euch nach Hause. Zu euch, zu dir und zu euren Familien. Ich lade euch so herzlich ein, nehmt daran teil. Bewirbt euch und spielt mit mit eurer Klasse im Rahmen der Safety Tour at Home. Aber, was auch heuer neu ist, wir küren auch die sicherste Familie des Landes. Gerade in der jetzigen Zeit ist es wichtig und ein gutes Angebot, gemeinsam sich mit deinen Eltern, mit deiner Familie, mit deinen Geschwistern, mit den Personen, die mit dir im gleichen Haushalt leben, sich mit den wichtigsten Sicherheitsfragen zu beschäftigen. Aus all den Einsendungen werden wir die sicherste Familie des Landes küren. Ich freue mich darauf und wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt gesund und alles Gute für die Zukunft.